Was haben die Demonstrantinnen und Demonstranten in Plauen, in Leipzig, in Berlin und auch in vielen anderen Städten erreicht? Einen wirklichen Unrechtsstaat kannst du nicht reformieren. Es muss Chancen geben zu reformieren und die hätte es in der DDR gegeben. Mit der Maueröffnung, das war natürlich klar, das war der Anfang vom Ende der DDR, das Problem war nur, ohne Zustimmung der Sowjetunion konnte die Vereinigung nicht stattfinden, weil im Dritten Weltkrieg hätte niemand für die DDR geführt. Und als ich mit Gorbatschow telefonierte, Mitte Dezember, nach meiner Wahl, sagte er zu mir, wenn Sie die SED aufgeben, geben Sie die DDR auf, wenn Sie die DDR aufgeben, geben Sie die Sowjetunion auf. Er hat gesagt, ein bisschen viel auf den Schultern eines kleinen Berliner Advokaten, da reicht mein Verein schon drauf, nicht noch die ganze Sowjetunion. Aber das war seine Sicht. Und die war auch ehrlich und ernst von ihm so gemeint. Drei Wochen später hatte er eine andere Sicht, als Modo bei ihm war, erst recht als Kohl bei ihm war. Als ich am 1. Februar bei ihm war, hatte er wieder eine andere Sicht. Man unterschätzt immer, wie schnelllebig die Zeit war. Es änderte sich innerhalb von Wochen. Und dann kam die deutsche Einheit, die einiges abgesichert hat. Und man muss auch sagen, sie haben wirklich die Stadtzentren hervorragend, wurden danach instand gesetzt. Das ganze Kommunikationssystem, die Infrastruktur wurde entwickelt. Und natürlich wurden auch die Wohnungen saniert, das weiß ich alles. Aber es wurden auch gravierende Fehler begangen. Wirklich gravierende. Fangen wir mit der Ökologie an. Die DDR hatte nicht das Beste, aber das weit verbreitetste Streckennetz in Europa für die Bahn. Bahnhöfe geschlossen, Schienen stillgelegt, also noch und nöcher. Aber das Große war was anderes. Es wurde doch ein Stück Ost- und ein Stück Westeuropa vereinigt. Man hätte sagen können, gut, dann werden wir jetzt neutral. Das wäre eine Chance gewesen. Busch war natürlich dagegen und Kohl war dagegen. Aber wenn Kohl dafür gewesen wäre und Gorbatschow war er dafür, hätte man Druck machen können. Und dann wären wir heute einer der Hauptvermittler bei Konflikten. Egal, ob Israel, Palästina, Ukraine, Russland. Stattdessen entsenden wir weltweit unsere Soldaten. Also die andere Rolle wäre mir sehr viel lieber. Verpasst die Chance. Das Zweite ist, sie waren nicht bereit, irgendetwas an der Symbolik zu verändern. Weder die Bezeichnung des Landes, noch die Hymne, noch die Fahne, noch das Emblem, noch die Bezeichnung irgendeiner Bundesbehörde. Es ist mir sogar egal, was. Aber wenn du zwei Völker vereinigst, auch wenn es zwei Deutsche sind, und dem einen hinzukommenden sagst, das seid ihr nun nicht wert, dass wir ein Komma verändern, dann demütigt das auch. Und das sitzt tief. Der dritte Fehler bestand daran, dass man die Eliten nicht vereinigt hat. Und die wollten ja gar nicht mehr zu uns, die künstlerischen und wissenschaftlichen Eliten. Die sind zu uns zurückgedrängt worden, weil sie nicht vereinigt wurden. Das ist auch interessant. Also uns hat es gestärkt, aber gesellschaftlich hat es natürlich geschwächt. Der nächste Fehler war, dass sich die DDR nicht angeschaut hat. Ich meine, wenn man so siegt, wie die Bundesrepublik über die DDR gesiegt hat, verstehe ich das nicht. Warum da so diese Großzügigkeit fehlt. Dass man sagt, haut euch an, wenn da zehn Sachen besser sind als bei uns, die wir uns leisten können mit unserem System, dann übernehmen wir die eben. Die Gleichstellung der Geschlechter war noch längst nicht am Ziel, aber viel weiter als in der Bundesrepublik. Oder die Polikliniken oder die Berufsausbildung mit Abitur. Also ich kann da mehrere Sachen nennen. Und wir hatten leider eine politische Ausgrenzung in der Bildung und bei Kunst und Kultur, aber nie eine soziale. Heute haben wir kaum eine politische, aber dafür massenhaft eine soziale Ausgrenzung, wo die Leute leiden. Also man hat sich das alles nicht angesehen. Also ich kann da stundenlang drüber erzählen, weil ich das alles so unmittelbar miterlebt habe und die Treuheit. Was ich nur sage, und da würde mich deine Meinung interessieren, dadurch, dass wir den Weg gegangen sind mit der Partei, den wir gegangen sind, und wenn du mal die SED vergleichst mit der heutigen Linken, dann sieht man ja, welche gewaltigen Reformen stattgefunden haben, welche Entstalinisierung stattgefunden haben. Aber wir haben dadurch doch auch ermöglicht, dass organisiert linkes Denken übrig bleibt. Das war doch nicht schlecht, oder? Ja, ich bin ja erst deutlich später dazu gekommen, als wir dann die WASG und die PDS ja zu einer Partei vereinigt haben. Aber ich glaube, dass das die Linke, also ich glaube auch, dass die PDS in den 90er Jahren eine so wichtige Kraft war, insbesondere oder vor allem im Osten, dass ich glaube, dass die PDS auch sehr stark mit dazu beigetragen hat, dass eben Rechte nicht so stark wurden im Osten, wie sie es heute leider sind. Also ich glaube, dass die PDS da eine wichtige Rolle schon an vielen Stellen gespielt hat. Und dann eben mit der Gründung der Linken und der gemeinsamen Partei, wo man, glaube ich, heute auch immer wieder daran erinnern muss, was für ein historisches Ereignis das ist, dass wir zum ersten Mal wirklich eine Partei links der SPD gegründet haben, eine gesamtdeutsche Partei links der SPD, die dann eben auch wirklich zu einer relevanten Kraft geworden ist. Fündig müsste man heute auch bei den Auseinandersetzungen, die wir so in der Partei haben und bei dem Umgang innerhalb der Partei sich auch immer wieder vergegenwärtigen, was für eine große Errungenschaft das ist, dass wir diese Partei haben und dass man auch sehr darauf achten muss, dass sie Bestand hat und dass sie auch in dieser Pluralität Bestand hat. Weil es ist natürlich auch, dass wir in dieser Partei so viele verschiedene linke Strömungen vereinen und aus so vielen verschiedenen Traditionen kommen. Ich betrachte das nach wie vor als Stärke. Also das, was heute unter dem Dach der Linken sich vereint, das sind in Frankreich wie viele Parteien? Vier, fünf, sechs? Verschiedene Parteien. Wir vereinen das unter einem Dach. Das ist anstrengend, das ist schwierig, das macht Programmdebatten oft sehr nervtöten. Aber ich finde, dass wir diese Debatten unter einem Dach in einer vereinten linken Partei führen, finde ich nach wie vor eine große Errungenschaft. Und ich finde, daran muss man auch festhalten. Und all die Streits und all die Diskussionen auch führen, aber eben unter diesem gemeinsamen Dach. Ja, aber das gemeinsame Dach muss eben auch immer deutlich werden. Wenn man sich als Sozialistin versteht oder wenn man sich mit sozialistischen Theorien auseinandersetzt, setzt man sich ja unweigerlich auch damit auseinander. Und deswegen war für mich natürlich schon auch immer die Frage, was kann man lernen für sozialistische Ideen heute? Ja, ich finde ja, dass das immer zwei Seiten hat. Also der außerordentliche Parteitag, der wirklich eine Reform der Partei wollte, der sie entstalinisieren wollte, strukturell vor allen Dingen. Das war alles wichtig, aber gleichzeitig ging es ja auch um so viele Existenzfragen. Die DDR stand zur Diskussion und es dauerte nicht mehr lange, bis sie weg war. Gleichzeitig musste das normale Leben der Leute aufrechterhalten. Ich habe eine interessante Feststellung gemacht. gesagt, wir waren ja über Hans Modo noch die führende Partei in der Regierung. Du kriegst eine Partei nicht reformiert, die regiert. Das ist wirklich wahr. Das merken andere Parteien ja auch gerade. Ja, ich habe zu ihm dann gesagt, sag mal, wann kannst du frühestens aus der Regierung raus? Und dann sagte er so, Mitte, Ende März. Dann hat er alles Wesentliche erledigt. Und dann haben wir das beide wirklich angepeilt. Und danach war es viel leichter, Reformen in der Partei durchzuführen als vorher, wenn du die Minister stellst und so. Ich weiß auch nicht, warum das nicht geht. Das ging nicht. Aber eine Überlegung, das würde mich jetzt interessieren. Bei mir war auch, dass ja ein sozialistisches Denken nicht untergehen soll mit dem Scheitern des Staatssozialismus. Zwar hat das Scheitern des Staatssozialismus die gesamte Linke europaweit tief in den Keller gestürzt. Das ist so. Aber so bestimmte Ideen werden doch heute wieder lebendig. Wie erlebst du das? Zum Beispiel damals hat kein Mensch vom Kapitalismus gesprochen. Heute schreiben die Zeitungen darüber. Also wir haben da wieder so eine andere politische Kultur. Oder zeusche ich mich? Bilde ich mir das bloß ein. Ja, ich glaube schon, dass es die Krisen, die wir heute auf der Welt haben, ob das die Klimakrise ist, aber auch die sozialen Krisen, ja schon dazu führt, dass man auch den Kapitalismus überhaupt wieder stärker in Frage gestellt wird. Also ich meine, vollkommen klar ist ja, das sehen wir jetzt auch bei den Fridays-for-Future-Demonstrationen, wo ja auch Systemwechsel gefordert wird, weil klar ist, der Kapitalismus ist offensichtlich nicht in der Lage, die drängenden Probleme zu lösen. Und deswegen finde ich eigentlich auch diese spannende Debatte für die Linke heute, wie weit wir auch wieder viel mehr auch eine grundsätzliche Kapitalismuskritik üben müssten und das auch viel mehr mit, ja auch grundsätzlichen Visionen von Veränderung, das auch zu beschreiben. Und auch mal eine Vision auch zu entwickeln, wie könnte eigentlich eine andere Gesellschaft, eine viel demokratischere Gesellschaft auch aussehen? Also für mich war ja damals zum Beispiel interessant die runden Tische, an denen ja viele Probleme gelöst wurden. Die waren natürlich gar nicht legitimiert, niemand hat die Leute ja dahin gewählt oder so. Das war mir schon klar. Trotzdem war es plötzlich ein Gespräch unter verschiedensten gesellschaftlichen Gruppen mit dem Ziel einer Verständigung. Das ist das, was es heute im Parlament ja gar nicht mehr gibt. Also nur innerhalb der Koalition, aber nie mit den anderen. Ein bisschen sehnsüchtig denke ich daran zurück. Aber zum Sozialismus. Also wir haben ja dann gesagt, wir wollen nur noch einen demokratischen Sozialismus. Das sollte zunächst bedeuten, dass jede Form der Diktatur für uns nicht mehr in Frage kommt. Das ist erledigt. Das ist ja auch gescheitert. Trotzdem finde ich es immer klug, also so versuche ich es zu machen, du machst es wahrscheinlich ganz anders, dass ich den Leuten sage, was der Kapitalismus kann und dann sage ich ihnen erst, was er nicht kann. Und das ist interessant. Selbst Unternehmerinnen und Unternehmer hören dann zu und freuen sich über den ersten Teil, aber können den zweiten nicht leugnen. Und zwar fange ich immer damit an, dass ich sage, der Kapitalismus kann eine höchsteffiziente Wirtschaft hervorbringen. Er kann, das sieht man in den USA auch, eine Top-Wissenschaft und Forschung hervorbringen. Außerdem kann er auch eine Top-Kunst und Kultur hervorbringen, die ihn zwar kritisiert, aber er bringt sie hervor. Und dann sage ich ihm, was er nicht kann, ist Folgendes. Er kann keinen Frieden sichern. Er führt zu Kriegen. Und zwar deshalb, weil es immer um den Zugang zu Ressourcen geht und weil an Kriegen zu viel verdient wird. Wenn du diese Struktur nicht veränderst, werden wir immer mehr Kriege erleben. Das Zweite, was er nicht kann, er kann keine soziale Gerechtigkeit herstellen. Er tendiert immer dazu, den Reichtum in wenigen Händen zu konzentrieren und die Armut zu verallgemeinern. Das Dritte, was er nicht kann, er kann keine ökologische Nachhaltigkeit herstellen. Und zwar deshalb nicht, weil es ist antikapitalistisch, eine Produktion einzustellen. Das liegt ihm nicht. Das kann er nicht. Da wird er geradezu verrückt, weil er ja Geld und Profit daraus machen will und nicht irgendwas einstellen will. Aber wir müssen ja umdenken, wenn wir denn eine ökologische Nachhaltigkeit wollen. Und er kann keine Emanzipation des Menschen herbeiführen. Und dann sage ich immer mit anderen Worten, ich will das überwinden, was er nicht kann und versuche das zu retten, was er kann. Allerdings in anderen Formen und so weiter. Darüber kann man dann ja auch streiten. Und das ist ganz spannend, weil ich auf die Art und Weise, bekomme ich wenig Widerspruch. Wenn ich einfach sage, Kapitalismus insgesamt, Mist muss weg, dann weiß ich schon. Aber wenn ich es so mache, dann leuchtet das den Leuten auch ein. Und das stimmt auch. Er kann keinen Frieden sichern. Das finde ich mit am schlimmsten. Und von sozialer Gerechtigkeit kann man noch gar nicht sprechen. Ja, aber das hat ja Karl Marx im Kommunistischen Manifest ja auch schon lange beschrieben, also warum der Kapitalismus überhaupt auch die Grundlagen hervorbringt. Wobei ich da bei der Frage der ökonomischen Effizienz ja schon ein Fragezeichen dran machen würde. Also ich würde nicht sagen, dass der Kapitalismus ökonomisch effizient ist. Aber auch der Kapitalismus ist nicht ökonomisch effizient. Wir haben unglaubliche Überproduktionen. Wir haben eine unglaubliche Vergeudung von Ressourcen und von Rohstoffen. Das ist alles wahr. Aber was ich mit Effizienz meine, ist die Zeit und die Produktivität, in der etwas hergestellt wird oder eine Dienstleistung erwacht wird. Die DDR war an ihrer Produktivität im Vergleich zur Bundesrepublik immer 40 Prozent zurück. Und ich sage ja dann natürlich, wenn es konkret um die Wirtschaft geht, vielleicht kommen wir uns da wieder näher, dann drei Sachen. Ich sage, die großen Konzerne und Banken sind viel zu mächtig. Die müssen entweder verkleinert werden oder an Gemeineigentum überführt werden. Dann sage ich, die öffentliche Daseinsvorsorge, also Wasser, Strom, Bildung, Wohnen, Mobilität, auch die Kommunikation und auch Teile der Kunst und Kultur und Teile des Sports sind für die Marktwirtschaft überhaupt nicht geeignet. Und deshalb gehören sie entweder in öffentliches Eigentum, zumindest in öffentliche Verantwortung. Also wenn der Bürgermeister einer Stadt seinen Leuten mitteilen muss, ich kann bei Mietbucher und wenn ihr zwangsgeräumt wird, für euch nichts tun, dann gefährdet er die Demokratie. Weil wozu wähle ich ihn denn, wenn er nichts in einer solchen Situation für mich tun kann? So, und wenn ich das gesagt habe, öffentliche Daseinsvorsorge, große Konzerne und Banken, dann sage ich das dazwischen. Das dazwischen, das kann zum Teil genossenschaftlich sein, kann auch privat sein, da kann auch der Markt wirken hinsichtlich Qualität und Kosten, aber es braucht ganz andere Rahmengesetze zur Sicherung der ökologischen, sozialen und kulturellen Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und der Konsumentinnen und Konsumenten. Und wenn wir auf diesem Wege wären, sind wir natürlich nicht, sind wir weit von entfernt, dann wäre das für mich ein Weg zum demokratischen Sozialismus. Ich will aber nicht wie in der DDR wieder alles staatlich haben, weil ich weiß, wie das endet. Aber da die richtige Mischung und den richtigen Ansatz zu finden, ist nicht so leicht, finde ich. Naja, ist ja auch immer noch die Frage, wer so ein Gemeinwesen oder auch eine Wirtschaft dann am Ende auch kontrolliert. Aber ich glaube, dass der Kapitalismus, also bei den Leitplanken und so sind wir uns sehr einig, aber ich glaube schon, dass der Kapitalismus an vielen Stellen, oder nicht nur der Kapitalismus, die Eigentumsverhältnisse im Kapitalismus, ja Innovationen, Fortschritt und damit eben auch Effizienz hemmen. Also das sieht man ja zum Beispiel beim Bereich der Energiewirtschaft, dass es ja mit Effizienz hat, das ja nicht viel zu tun, was wir da machen. Also dass die bestehenden Eigentumsverhältnisse und die Machtverhältnisse eben gerade gesellschaftliche, technologische Entwicklungen eben auch hemmen, weil es ein Interesse daran gibt, das Alte bestehen zu lassen, was aber eben dann auch häufig nicht effizient ist. Also von daher würde ich sagen, ab einer gewissen Entwicklungsstufe, dass die kapitalistische Produktionsweise und die Eigentumsverhältnisse auch eher eine Fortentwicklung von Effizienz und Innovationen eher hemmt und eher behindert. Ja, aber alles staatlich hemmt es noch mehr, das ist zumindest meine praktische Erfahrung. Und ich sage dir noch zwei Beispiele, die Privatbanken sind in eine tiefe Krise gestört, die Staatsbanken waren in derselben. Die Einzigen, die nicht in der Krise waren, waren die Genossenschaftsbanken und die Sparkassen, weil die öffentlich-rechtlich waren. Die Staatsbanken genauso. Weißt du auch, woran das liegt? Dass die Finanzminister in Wirklichkeit doch von Tuten und Blasen keine Ahnung haben und deshalb immer sagen, macht es für die Deutsche Bank und dann machen die dieselben Fehler. Wirklich getrost die Landesbanken etc. mit allen Konsequenzen, die das hat. Das finde ich auf der einen Seite spannend. Das heißt, allein mit der Eigentumsfrage kriegen wir es nicht hin. Wir müssen noch andere Maßstäbe sitzen. Zum Beispiel, welche Rolle spielt die soziale Frage? Welche Rolle spielt die ökologische Nachhaltigkeit etc.? Das alles zu setzen und ich finde übrigens, dass unsere Partei sich mit diesen Fragen eigentlich zu wenig beschäftigt. Das finde ich auch. Nun war es so, dass es in der Vergangenheit schwierig war, räume ich ja ein. Aber ich war so froh, dass wir den 200. Geburtstag, war es ja von Karl Marx, dass wir den nicht 1990 hatten, sondern 2018, wenn ich mich recht entsinne, weil eine ganz andere offene Atmosphäre, da war 90, wäre das Ding völlig durchgefahren. Und dass wir nicht eine Universität in Deutschland haben, die seinen Namen trägt, finde ich ein Unding. Und so eine Enge der politischen Kultur, dass ich es nicht vorstelle, da können wir wirklich von den Französinnen und Franzosen sagen, die lieben ja Jeanne d'Arc und Napoleon. Ich weiß noch nicht, wie sie die beiden in einen Kopf reinkriegen, aber irgendwie schaffen die das. Und ich sage dir, wenn Karl Marx ein Franzose wäre, gäbe es acht Universitäten mit seinem Namen und das störte auch den konservativsten Präsidenten nicht. Warum sind wir ideologisch so eng in Deutschland? Ich meine alle. Wir auch ein bisschen, aber die anderen noch mehr, kann ich sagen. Ich verstehe es nicht. Uns fehlt so eine Großzügigkeit, so eine Toleranz. Zum Beispiel, dass auch die Konservativen einsehen, dass Clara Zetkin eine große, natürlich linke, aber deutsche Persönlichkeit war. Ja, das hat ja das Bundesfamilienministerium gezeigt, als sie die Kampagne 100 Jahre Frauenwahlrecht gemacht haben. Da waren vier Frauen auf allen Materialien. Aber Clara Zetkin hat zum Beispiel gefehlt. Oder überhaupt der sozialistische, proletarische Teil der Frauenbewegung hat komplett gefehlt. Aber ich glaube, dass gerade beim 200. Geburtstag von Karl Marx man ja gesehen hat, dass es durchaus schon eine Würdigung von Karl Marx gab, immer mit den Worten, er war ein kluger Theoretiker. Aber dass er eben zeitlebens eben auch ein politischer Aktivist war, dass er eben nicht nur einfach gesagt hat, wie man Welt verändern müsste, und nicht nur einfach irgendwelche Sachen analysiert hat, sondern es eben wirklich für Veränderungen von Gesellschaft ging. Das wurde eben relativ stark ausgeblendet. Und deswegen, ich finde auch, wir bräuchten, ich gebe dir ja vollkommen recht, wir müssen viel mehr in der Partei darüber diskutieren, auch wie andere Eigentumsformen wie Demokratisierung aussehen können. Weil natürlich hast du recht, dass Verstaatlichung alleine natürlich auch nicht Sozialismus bedeutet, sondern dass ja die Frage ist, wie kann man auch wirtschaftliche Sphäre demokratisieren, wie kann man Beschäftigte nicht nur beteiligen, sondern... Wie bekommen sie mehr Mitspracherecht etc.? Trotzdem würde ich sagen, dass an vielen Stellen natürlich die Verstaatlichung überhaupt der erste Schritt dazu ist, weil man zumindest potenziell in der Lage ist, eine andere Politik zu machen. Städtische Wohnungsbaugesellschaft kann furchtbare Politik machen, aber sie ist eben anders als Bonovia, eben keine Aktiengesellschaft. Und das würde ich sagen, erlaubt zumindest potenziell etwas anders zu machen, auch wenn es natürlich viele Beispiele von Staatsunternehmen gibt, die sich privatrechtlichen Gesellschaften einfach angepasst haben. Das ist gar nicht mein Problem. Mein Problem ist, dass du bei der öffentlichen Daseinsvorsorge recht hast. Wenn du das andere alles staatlich machst, führt das in die Stagnation. Das habe ich erlebt, weil der Wettbewerb fehlt. Es fehlen die Ziele. Was du machen kannst, ist, dass man die Dinge anders mischt. Dass man zum Beispiel, also bei den großen Banken und Konzernen bin ich ja auch dafür, für Gemeineigentum oder sie müssen deutlich kleiner werden. Öffentliche Daseinsvorsorge bin ich auch dafür, sage ich immer, öffentliches Eigentum, zumindest öffentliche Verantwortung. Also man muss direkt eingreifen können, sonst hat das Ganze gar keinen Sinn. Und das dazwischen, das würde ich eben anders organisieren. Aber da müssen wir uns Gedanken machen über Genossenschaften, über die Beteiligung der Belegschaften an Entscheidungen in den Unternehmen, auch wenn sie privat sind. Denn wir dürfen eins nicht verkennen, dem müssen wir uns stellen. In Deutschland wird alles von der Mitte bezahlt. Und zwar in der Wirtschaft genauso wie beim Einkommen. Die mittleren Einkommen bezahlen alles, weil sie an die Hoden nicht rangehen. Und der Mittelstand bezahlt von der Wirtschaft die Gesellschaft, weil die Konzerne und Banken ja nichts bezahlen müssen. Ein Mittelständler hat mir gesagt, er hat gerade gelesen, ein großer Konzern hat den und den Gewinn gemacht und musste 100 Millionen Euro Steuern bezahlen. Wenn er den Gewinn gemacht hätte, müsste er 1,2 Milliarden Euro Steuern bezahlen. Ob ich ihm erklären kann, woran das liegt. Ja, habe ich ihm gesagt, das liegt an der falschen Zusammensetzung des Bundestages, an der sie mitgewirkt haben. Das konnte er nicht ganz leugnen. Wenn wir bei Marx sind und bei 200 Jahren, oder jetzt ist es ja noch beim 200-jährigen Geburtstag von Karl Marx, finde ich ja so ein bisschen das verkümmertste Element in der marxistischen Theorie ist ja, dass Marx von der Selbstaktivität von Menschen, von der Selbstemanzipation gesprochen hat. Also, dass Menschen sich emanzipieren müssen, dass sie kämpfen müssen und das auch überhaupt erst eine freie Gesellschaft möglich macht. Und daran stärker anzusetzen, finde ich auch einen wichtigen Punkt für die Linke. Ja, außerdem, er würdigt ja zunächst im Kommunistischen Manifest zusammen mit Friedrich Engels die Leistung der Bourgeoisie, um dann zu sagen, an welche Grenzen sie stößt. Auch das ist ja wieder Karl Marx. Ich finde ja, dass er zweimal befreit werden muss. Einmal von seiner Negierung und Missachtung in der alten Bundesrepublik und zum Zweiten von dem Missbrauch in der DDR. Und wenn wir ihn zweimal befreien, dann kann man wieder mit seinen Ansätzen im Denken, in der Lehre, aber auch eben praktisch ganz anders umgehen, als das gegenwärtig der Fall ist. Und man muss eben wissen, in einer Gesellschaft gibt es unterschiedliche Interessen. Und wenn ich bestimmte Interessen vertrete, muss ich andere verletzen. Anders geht das nicht. Und wenn ich den Mumm nicht habe, dann soll ich das lassen. Aber im Parlament, weißt du, wie ich es immer verstanden habe, meine Rolle Zeitgeist verändern. Mehr kann ich ja nicht. Ich kann dort reden halten, dass ich den Saal nicht überzeuge, weiß ich ja selbst. Aber draußen, wenn es dann zumindest übertragen wird oder wir das dann verbreiten, dann konntest du Schritt für Schritt, das war am Anfang sehr, sehr schwierig, aber dann Schritt für Schritt immer mehr erreichen, die dann sagten, ja, vielleicht hat er ja gar nicht Unrecht. Vielleicht kann man das ja doch besser so machen oder so machen. Zum Beispiel, die machen sich ja keine Gedanken, weshalb der Ruf der ganzen etablierten Parteien so schlecht ist, was ja auch ein Grund ist, die AfD zu wählen, dass sie scheinbar von außen kommen. Dass deren Ruf eigentlich viel schlechter sein müsste, ist wieder eine andere Frage. Ich sage den Leuten immer ein Beispiel. Ich sage, also mir ist doch der völkerrechtswidrige Jugoslawien-Krieg damit erklärt worden, dass Serbien die Menschenrechte der Kosovo-Albanerinnen und Kosovo-Albaner verletzte, vielleicht sogar ein Völkermord begönne und deshalb müsste man einmarschieren, selbst wenn es völkerrechtswidrig ist und Belgrad bombardieren und so weiter. Ich hätte eine gänzlich andere Auffassung. Aber wenn es ihre Auffassung ist, können sie nicht erklären, weshalb sie bis vor kurzem Waffen an Saudi-Arabien geliefert haben. Nicht nur, dass Saudi-Arabien im Innern die Menschenrechte verletzt, sondern die führen ja gegen den Iran einen Stellvertreterkrieg um den Jemen. Und sie riegeln ganze Gebiete ab, lassen weder Lebensmittel noch Arzneien durch, sodass die Menschen verhungern und an Krankheiten sterben. Das ist ein beginnender Völkermord. Und wenn ich einmal sage, dass es so schlimm ist, dass die Bundeswehr einmarschieren muss, um das zu stoppen, und in dem anderen Falle sage, dass es mir sowas von wurscht, ich mache mein Geschäft mit Waffen, machst du dich eben restlos unglaubwürdig. Aber weißt du, ich glaube gerade bei diesem Punkt der schwierigen Sprache und der Begrifflichkeit, die keiner versteht, ich habe auch teilweise den Eindruck, dass es eine Absicht ist, weil es natürlich total verschleiert, um was es eigentlich geht. Und das so ein bisschen transportiert, Politik ist ein Geschäft für Experten, da soll man sich raushalten. Und deswegen ärgert mich auch oft das Argument, das gegen die AfD vorgebracht wird, von wegen, die AfD gibt einfache Antworten. Das Problem ist nicht, dass es die einfache Antworten gibt, sondern dass es die falsche Antworten gibt. Es sind keine einfache Antworten. Teilweise finde ich sogar, es ist ja bemerkenswert, welche Verrenkungen die AfD unternimmt, um immer wieder zum Thema Flucht und Migration zu kommen. Aber die Antworten sind nicht einfach. Aber wenn man das Argument, die AfD mal hat alles zu einfach benutzt, dann sagt man ja damit und suggeriert, die Welt ist ganz kompliziert, man braucht Experten, um sie zu verstehen. Und natürlich sind viele Zusammenhänge komplex und schwierig, aber es gibt auch relativ einfache Zusammenhänge. Und dass Armut und Reichtum miteinander zusammenhängen und dass acht Menschen auf dieser Welt so viel besitzen wie die Hälfte der Menschheit, ist eine relativ einfache Tatsache. Das ist nicht so kompliziert. Und das andere ist die Frage mit dem Zeitgeist und mit dem Diskurs. Und da finde ich schon, wenn man sich anschaut, wie es der AfD gelungen ist, auch im Zusammenspiel mit anderen Parteien, den Diskurs immer weiter nach rechts zu schieben und durch gezielte Tabubrüche, Dinge, die früher unaussprechlich waren oder zumindest gesellschaftlich geächtet, wie die das gemacht haben, dass heute Dinge offen diskutiert werden, die früher zu Recht auch tabuisiert waren. Die ganze Frage der Erinnerungskultur, dass man heute im letzten Wahl-O-Mat die Frage hat, soll die Erinnerungskultur in Deutschland beibehalten werden, ja oder nein. Da ist es wirklich dieser Partei gelungen, den gesamten gesellschaftlichen Diskurs zumindest nach rechts zu ziehen. Und ich frage mich, und da bin ich auch bei dir mit der Frage Zeitgeist verändern, wie können wir es schaffen, den Zeitgeist auch nach links zu verändern? Da finde ich jetzt zum Beispiel in Berlin die Frage von dem Volksbegehren, von dem Enteignen. Das ist was, wo auch Leute sagen, was auch durchaus vielleicht ein Tabubruch ist und wo auch Leute ein bisschen Abwehrreaktionen kriegen. Aber erst mal sagen ganz, ganz viele Leute, auf eine absolut drastische Situation auf dem Berliner Wohnungsmarkt ist das eine angebrachte, aber auch drastische Antwort. Und ich glaube, das müssten wir uns als Linke auch überlegen, wie können wir es schaffen, den Diskurs weiter nach links zu ziehen, um eben auch zu sagen, wir wollen hier eine kleine Schraube drehen und wir wollen da eine kleine Schraube drehen. Wir wollen aber auch grundsätzliche Veränderungen haben und wir wollen auch auf drastische Situationen drastische Lösungen haben. und wir wollen hier eine kleine Schraube drehen.